Willkommen bei Holzwerken TV. Die wahrscheinlich einfachste Variante, um Drehelemente wie Türen oder hier eine Klappe anzuschlagen, ist das sogenannte Zapfenband. Seit Jahrhunderten bekannt hier in dieser Metallvariante, seit Jahrtausenden bekannt, also auch schon in der Steinzeit, ist hier einfach nur die Verwendung eines Rundzapfens, hier ein Dübel und die passende Bohrung dazu auf der anderen Seite. Und jetzt können wir hier unser Drehelement bewegen. So weit, so gut und auch so simpel. Allerdings stoßen wir auf zwei Probleme in der Anwendung. Wenn hier ein Korpus besteht, dann wird es schwierig, nachträglich hier die Klappe einzusetzen. Man könnte natürlich sagen, man bohrt einfach von außen, schiebt dann die Dübel links und rechts ein. Das kann interessant aussehen, wenn man beispielsweise hier einen bewussten Kontrast setzt mit einer kleinen Rundstange aus Messing. Sofern wir das aber verstecken möchten, wird es schwierig, wir müssen also irgendwie dafür sorgen, dass dieser Zapfen auch nach innen bewegt werden kann, um die Klappe zu entnehmen oder einzusetzen. Und sofern wir nicht auf eine CNC zurückgreifen können, kann es schwierig werden, wenn wir gewisse Abweichungen in der Toleranz haben, also bei den Bohrungen, die wir hier brauchen in den Wangen von unserem Korpus. Denn stellt euch vor, hier auf dieser Seite ist die Bohrung ganz klein bisschen nach unten oder nach oben gerutscht und auf der anderen Seite ein klein bisschen nach vorne oder nach hinten. Und schon stimmt das mit der Klappe nicht so ganz. Zwei sehr einfache Möglichkeiten, um diese Probleme anzugehen. Die habe ich hier jetzt heute mal vorbereitet. Das hier ist mein Gesellenstück. Die Variante ist also schon seit einigen Jahren erprobt. Man kann das auch ein bisschen moderner haben. Es gibt eigentlich genau das, was ich hier umgesetzt habe, auch schon fertig aus Kunststoff und einer Feder zu kaufen. Vielleicht nur so als Inspiration, das jetzt hier vielleicht für zukünftige Möbel zu nutzen. Gerade wenn man sagt, ich möchte auf Kunststoffe, Metalle in meinen Möbeln verzichten und nur auf Naturmaterialien zurückgreifen. Wir brauchen dazu unter anderem eine Rundstange, in diesem Falle aus Hartholzbuche. Die gibt es im Baumarkt in 5 mm Schritten zu erstehen. Ich habe mich jetzt hier für einen Durchmesser von 30 mm entschieden. Und dazu passend brauche ich auch einen Forstnerbohrer mit 30 mm. Damit werde ich jetzt eine Sacklochbohrung ausführen, um jetzt hier den Verstellmechanismus zu integrieren. Dazu kommt dann noch eine Dübelstange, in diesem Falle 10 mm. Das ist dann hier der Rundzapfen, der dann in der Klappe gleich eingesetzt wird. Die seitliche Bohrung im Türblatt wird jetzt hier mit dem Akkuschrauber vorgenommen. Das ist vollkommen ausreichend für unsere Zwecke. Wenn es noch exakter sein soll, dann kann man natürlich auch mit Spiralnutfräser und Oberfräse hier ein exaktes Ergebnis erzielen. Parallel zu dieser Bohrung wird nun mit einem 6 mm Nutfräser und der Oberfräser eine Nut gefräst, die es dann hinterher ermöglicht, die Zapfen seitlich zu verschieben. Statt einer Stahlfeder wird jetzt nun in das Ende der Bohrung ein wenig Garn hineingestopft. Anschließend kann der passende Dübel eingesetzt werden. Noch eine kleine schnelle Bohrung, um hinter den Zapfen auch wirklich verschieben zu können. Nun kann unser Zapfen durch die kleine Bohrung nach hinten gedrückt werden. Dabei wird der Stoff komprimiert und beim Lösen kann man sehen, haben wir einen Federmechanismus. Jetzt können beide Lösungen miteinander kombiniert werden. Wir haben hier die Drehscheibe mit der exzentrischen Bohrung. Kann man übrigens auch ganz schön sehen, dass da das Holz ein bisschen geschrumpft ist. Und jetzt wird hier der Federzapfen eingesetzt. Wir haben also die Möglichkeit, hier Höhenunterschiede auszugleichen. Wenn die richtige Stelle gefunden ist, einfach markieren und die Scheibe einleimen. Eine selbstgemachte Holzunterlegscheibe sorgt dann für den nötigen Abstand. Hier jetzt nochmal bei der eingebauten Klappe. Wir suchen uns mit dem Insektskant das passende Loch. Jetzt wird der Zapfen zur Seite geschoben und die Klappe kann entnommen oder wieder befestigt werden. Wie immer dient das Video natürlich vor allem zur Inspiration. Man kann sich von dem Gedanken, der bei diesem Möbel im Vordergrund stand, nur mit Maturmaterialien zu arbeiten, entfernen und modernere Materialien wie beispielsweise eine Springfeder statt dem Seil und hier statt diesen Runddübel aus Buchenholz auch Messing verwenden. Passend vielleicht auch dazu hier diese Rundscheibe aus Messing herstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es einen sehr schönen Kontrast gibt, wenn man doch diesen Beschlag ein wenig mehr in den Vordergrund rücken möchte, um zu sagen, der ist wirklich selber gemacht. Viel Spaß beim Nachmachen, viel Spaß beim Verbessern, beim Inspirieren lassen. Bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, so geben Sie uns doch gerne einen Daumen hoch. Hier unten können Sie auch gleich den ganzen Kanal von Holzwerken TV abonnieren, um nichts zu verpassen. Oder Sie bleiben am besten gleich dran. Hier links gibt es noch jede Menge gute Filme.